Hallo! 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 Was geht ab? Hallo Freunde! Grüße! Fridolin! Ich hab die Tür aufgetreten und gleichzeitig geöffnet dabei! Oh Mann! Da ist einer! Da sind drei und nicht einer! Oh mein Gott! Du bist tot! Du bist tot! Du bist tot! Du bist tot! Wir können durch Wände schießen, also bist du tot! Sag deine Kollegen! Das machen uns je zwei Lebens! Schieß durch die Wand! Schieß durch die Wand! Du schaffst das! Du bist tot! Ich kann irgendwen leiden nur kurz, aber ich glaub das war's nicht! Hier liegen aber noch irgendwo MediPics von! Drück mal Ypsilon auf den Punkt, weil die laufen da ja hin! Ja, ich hab mal einen Schrank, da ist er auch nicht klar! High Spey hab ich gefunden! Die Typen rennen schon weiter! Nein! Jetzt kannst du die Typen rennen hier um! High Spey! Blablablabla! Nicht vom letzten Mal, dass die Typen schon alles voll machen! Wenn man zu lang gebraucht, dann sind die schon tot! Ja! Die sind schon weiter gelandet! Die sind schon weiter gelandet! Ich hörste schon! Nun, die Aufnahme! Auf für dich! Laufen! Hey! Ich bin auch noch mein Spaß! Kanate! Weiß ein Schiengewehr! Ok! Sind schon wieder weiter gerannt! Ich will mal alles weit machen! Ich will auch mein Spaß! aus so weit Richtung ab kreis oder wenn man längst länger als Fakt ab oder der Körperteile irgendwie kommen auch bei auf deinem einen geschlüsselt oder glaubst du? Nein Doch die liegen einfach so im Krankenhaus Ah! Ich bin jetzt tot Wo ist der Typ? Hä? Wo ist der Typ? Da Der läuft gerade im Kreis glaube ich Da wird die Medikett vollziehen Hallo wo ist der Typ? Ich glaube du hast in den Swords einer getötet Also angegriffen zumindest Nein, da hätte ich eine Meldung bekommen Aber du hast da aber auch keine Einheit mehr Ja und? Keine Ahnung wo der Typ ist, der Typ ist weg Einfach irgendwo gehen Wir sind schon im Weg Bevor ich zu spät komme Wartet Leute Schon alles werde ich gemacht Geht da noch nicht rein Hahaha Der helfische Fluss aufgerufen Ich habe ihn aus der Ich habe ihn aus der Entfernung gedötet Nein, wir sind zu spät Sicher? Ja Weil die Tür geht automatisch auf Vielleicht lädt ja noch einer dann Vielleicht lädt ja noch einer dann Wir vielleicht Vielleicht müssen wir doch den anderen Typ tun Weil sonst wäre auch der Ausdruck von hier Ja Wohl ist einfach nur schlecht geprogrammiert Kann auch sein Wohl Glück Aber vielleicht haben wir ihn auch schon wieder verwandt Ja Aber zu geil eben Weil Ich Ich Ja Ich Ja Der Typ Der Typ, den Meter weit entfernt und hier wischen trotzdem Das ist geil Was hierhin Was hierhin Meine Ahnung Verpackte Version Ich glaube die auch der Experte lang Hä? Kann der aus? Ja 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 Habe ich da nicht den Polizisten getroffen? Hm Hm Interessant, jetzt haben wir eine verpackte Version Ja schon wieder alles noch verpackt Aber Ja genau Ja genau ich Jakob war aus Ja, das würde ich auch sagen Cool Verpackt Aber vielleicht können wir es ja noch retten Ja Da ist er Schwächer Punkt Oh mein Nein Das muss doch gar nicht Zoll gemacht Das kann ich mal hundertfach so beschleunigen Das ist nicht Einmal hier aus Ich spüren Hast du gleich Nein Das ist praktisch, dass man keine Energie verliert beim Co-drücken Oh egal wie verliert man keine Energie vorgesehen Ja 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 Geisel Hallo Oh bist du schön Ja Das ist cool ist man kann ihn sogar hinter der Tür töten Ja man kann einfach durch die Tür durchschießen Ja Schießen Ja Wenn die Wände nicht zu dicht sind kann man durch Wände schießen Ja Irgendwie ist das klar Was hat er für schlechtes Signal Keine Ahnung Ey du bringst gerade ein Typ um Das sind Gegner Das sind Gegner Ah Ich kenne das Spiel schon Hey Moment mal wo kam der her Aus dem Fahrstuhl du Idiot Das ist ein hässlicher Fahrstuhl Das ist hier Schade Äh du hast ihn halbiert Lecker Falls jetzt noch euer sport team gelebt hätte wäre es mit euch nicht im Fahrstuhl gewesen also die werden dann unten bei der kreise geblieben Also hier abgibt man sowieso immer allein Ja So mehr oder weniger es gibt ja noch die Tür Okay Wunderschöner Ladebildschirm Also wunderbar Die Textur ist wirklich schon cool geworden Ja 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 Gleich ist das Blut weg Nein das Blut geht auch gleich weg Also so hatte ich das in Erinnerung bei mir Ja da 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 Ich finde die Textur sehr schön Sie sind nicht im Portal muss ich kommen in so wie ein Fahrstuhl Nee sind auch da aber wir waren Sie weg Wollen Sie zwei, drei Tick um oder so Ja hier vorne gleich Wir sind im obersten Stockwerke Das ist so wie in Dagen im Sahel Wir sind runtergefahren Ne wir sind in den Himmel gefahren aufgefahren sozusagen das bin ich auf der distanz mit der rufende das check aus minecraft muss man sagen ja genau der ist aber in meinen kreftnamen so wunderschön machen wir nach sich dann im gutpistole ist wirklich cool aber ich glaube ich habe hier noch der kick ab er hat selber nicht abgang als er tot headshot nein schulter schafft er in die brust es war in die kelle aber das war die schulter es war die kelle schulter kelle grundsatzfrage ich bin ich bin ich bin ich bin und was ist was kann ich es nicht nur möglich die türkisch schafft er solltet von dem ein bisschen das kopf erst ab ja, ich hab Koffi nicht vergessen Wo ist Koffi? Koffi? Wir lieben dich Drück End für Nachtsicht Feiner und Ja, herzlich Mach schon Taschen, mach doch noch Wow, macht so viel Unterschied Ja, offensichtlich Sie so sprechen ein Ganat-Idiot Von wo? Ich seh' nichts Versteck' dich hinter der Wand Obwohl, wir haben ein paar Ganaden einfach in die Gegend Das mach ich auch immer, wenn ich nie weiß oder gegnerst Ok, da war er Oh, ich hab dich in Bein, wo? Also, da können wir da gewesen sein Ja, irgendwo war er Perfekt getroffen, wenn ich sag' Trunk mal Hafer-Halspritzen Oh, geil Oh, geil Ist ja schlimmer als ein Far Cry Nein, Far Cry ist viel schlimmer Hier geht nämlich noch Ja, nimm wieder so Mit, äh, so So, nix da Oh, ich mag die Pistole Man kann auch überall Ironside machen Ist auch sehr schön Jetzt weiß ich noch mal was ist Der lebt noch, oder? Jetzt hole ich mein Sniper aus Nee, nee, nee Heute Wir Spielen Jäger Hallo Scheiß, ich wollte den Headshot verpassen Der ist auch nicht Der ist auch nicht Der ist auch im Kopf gefallen Genau, der ist auch im Kopf gefallen Oh, auch die Pistole Und jetzt kommen die Gegner gleich Ganz viele Na ja, es geht Oh, immer ein großer Raum Kampfgebiet Ja, man hat Man muss sagen, es ist gut verteilt Die Gegner Irgendwie läuft ja doch die halbe Taliban rum Ich find's total lustig Ich find's total lustig Dass die kannten sie gar nicht vom Krankenhaus Das ist einfach unter dem Krankenhaus Und die kannten's nicht Was? Wir haben unter unserem Krankenhaus Ein riesiges Kellersystem Nie von gewusst Und hier hinten gab's irgendwo Heilung So, gehen für Nachtsächtig Die Szenen nicht Das ist so dunkel in YouTube Auf YouTube Das ist mir doch egal So, GQ für So, GQ damit Projekte nicht schweigt 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 Wann auch noch ein Typ? Ja, Daumen zum Zweiten Hallo Boah, bist du cool Ich hab zwei gesehen Aber irgendwie war das doch nur ne Treppe So, jetzt muss ich gleich hoch Und dann den Container auffahren Und dann drauf springen Bla, ich kenne das alles Musst du mir nicht verraten Obst du dann Äh, guck mal eh irgendwo Knopf drück Ja, da vorne ist er Ich weiß Der grüne leuchtende Knopf Ja, 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 ja doch da ist eine abkürzung so wo war der typ jetzt hier vorne links ach so hier war der typ sehr schlimmer als mit spain irgendwie so die letzte krankfolge voll ist die ich einfach so um die ecke kill ist total schrecklich so mit dem ding der kartenaufschnitt erinnert mich voll an die ex-mix-back-folge dahinter ist auch einer hier sind überall welche brechen die beine mit dem pass so einfach reinballern man trifft immer was dahinter war jemand da hatte gerade irgendwie voll was davon wie der typ so im dampf reinläuft oder durch den dampf der bett die drei teile oder was ja und gibt es so wo die explosion hinter ihn ist die einen gab es auch noch irgendwas cooles heilung und so was dann im grunnen in your face ii das ist abgehakt ich trete ihn auf den kopf und definierten arm er wird er ist dahinter er hat vom kopf getroffen er ist ich 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 weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Okay, du hast noch 6 geschnitten. Halt, ich benutze die viel bessere Waffe. Ohne Zielversicherung. Bam, 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 bam. So, Penner. MATCH! MATCH! Sein MATCH! Tret ihn nach da hinten ducken und dann wegtreten. So ducken und... Äh, bedruckt bei Leib. Huiiii! Das hatte ich doch auch mit dem Zombie. Ja, muss so sein. Obst, aber aus Versehen. Wir konnten das nur passieren. Ey, der Typ ist zu geil. Hol das ein iPhone mit der Shotgun. Ja, komm. Hallo? Mach ein bisschen verarmeln. Lupp! Voll dreist. Ja, halb ist nur aus. Lupp! Was ist jetzt abgefallen, dass er gesplattert hat? Bein. Bein war das. Bein. Was? Ach ja, ich soll ab. Ob ich sei Qualität und auf vollbeziehbar bestimmt. Ja, scheinlich. Man sieht jeder zusätzlich in einer Egression. Und dann stoppt er. Das ist wirklich winzig. Ja. Naja. Und die Dunkelei durchflingt alles. Verteilung. Hallo. Hallo, kennt ihr mich noch? Ich bin der Postbote. Ich wollte mich bedanken für die Post. Danke. Tschüss bei einem. Ach, danke. Das war's. Bumm. Oh, meinen Arsch ein. Ja. Auch schon hier. Eine Treppe nach unten. Ja. Ist du nicht in Kreis gelaufen? Ja, der hat jetzt wahrscheinlich einen Arschkriecher. Da muss ich hoch. Hab ich dabei hergekommen? Nein. Nein. Die wiederholen sich bloß die Räume. Das ist total frecklich. Das ist eigentlich Copy & Paste. Ja, und das tut zumindest voll so aus. Copy & Paste. Vorne links ist auch wieder ein Container. Ach schon, das stimmt ja. Du gehörenden mäßig? Das ist jetzt ein Stück recht, oder? Nein, hier steht's. Halt, stopp! Hier ist keiner drin. Oh, da oben auf den. Ja, da oben steht einer. Hey, guck noch mal in einem. Geh noch mal zurück. Ne Tasse, ne Tasse. Werf die Tasse. Werf die Tasse. Ja, also die Tasse ist hässlich. So was wolltest du? Da, lauf noch mal zurück. Geh in den zweiten. Ja. Guck mal, kann man die Pass? Das ist ja, komm, bitte mach mal den Ton. Nein. Da hinter dir war noch so'n Mundi-Pack doch. Ja. Du? 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 Vielen Dank.